ist in den Städten wie sie aber er hat heißt er und heute aufgenommen was so drei Prozent mehr wie viel Holz braucht so drei und wenigstens noch ich hab jetzt nicht nur noch vier das ist eine Kiste Kiste stelle ich hier rein so ich habe auch jetzt hier ein bisschen Platz und wo er es nur eine Treppe irgendwo rein so 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 ist es nicht so ausgut so passt du da auch rein? ist jetzt nicht so groß die Kiste aber hauptsache dass man erstmal hier das Inventar klären kann du hast es gar nicht verstanden oder du hast nicht zugehört? ja ich habe nämlich gesagt ähm du hast gesagt erst mal alles lagern was unwichtig ist habe ich gesagt passt du da auch rein meinst du ja so groß ist sie jetzt nicht ja es ruckelt wirklich? ruckelt ruckelt wieso ruckelt das jetzt so? Mann verstehe ich nicht da muss ich doch mal gucken was da an meinen Einstellungen Spitzhacke kaputt an meinen Einstellungen ändern muss damit das ein bisschen schöner läuft soll sich ja keiner beschweren dass er deswegen verloren hat weil es geleckt hat so habe es jetzt hier mal so schön gebaut ach so warte 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 mache ich es noch schöner als eine Treppe mache ich jetzt extra hier eine Treppe Mann was wirft denn der die Steine weg der Idiot Achtung Vorsicht lol genau da kommt jetzt nichts raus ich habe das Gefühl dass wir irgendwie keine Ahnung das Ziel eines Battles verfehlen war es hier schöne Wohnung oder was schöne Flitterwochen na schöne Inneneinrichtungen und so und das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck wir ergänzen uns so perfekt wenn wir Glück haben kommen wir hier vorbei und denken es werden Zombies ne läuft schrecklich wir sterben gleich warte ach so könnte nicht besser laufen ähm ich tue jetzt mal hier äh wieso haben wir noch ein wieso habe ich ein Crafting Table einstecken wenn wir den gar nicht brauchen egal ähm sooo dann wo sind meine Schuhe ja wenn du mir noch ein Eisen rüberwürfen kannst ja ich kann dir 12 Eisen in Herz geben immer noch die Schuhe brenn schneller brenn schneller brenn schneller ja lol bei mir ach so hey so jetzt hab mir noch ein zweites Feuerzeug gemacht sorry ähm willst du Kakaobohnen? ey den Eimer solltest du aber mitnehmen wegen Lava und so oder Wasser zum löschen zur Not eher keine Ahnung nimm einfach mit oh ja danke hatte ich auf einmal sogar schon an der Maus Spinnenauge aha mhm das ist mal weg das ist mal weg äh die sechs Pilze ist mal weg ja super und schon ist die Kiste voll ja komm dann nehme ich irgendwas mit hier Pfeile Pfeile mitnehmen Knochen mitnehmen Knochen mitnehmen ja das wäre ganz schlau das verrottene Fleisch ähm wenn man kein Essen haben mitnehmen also ich hab genug Essen so ähm was ich auf jeden Fall noch brauche ist ne Lavaquelle oder oder also wollen wir Wasser zum löschen mitnehmen oder sollen wir Lava zum Angreifen mitnehmen ja falls wir selber irgendwie rennen Ja falls wir selber irgendwie rennen so so zack ein Wassereimer da ist noch Eisen naja ok jetzt brauchen wir eigentlich kein Eisen mehr denk ich mir auch hast du noch einen Stein dann machst du dir hier wieder zu und du kriegst den Wassereimer weil dir vertraue ich mehr als mir selber ja ich werde wahrscheinlich mehr brennen als du so jetzt hab ich ein Wasser und einen Lava Eimer also noch einen leeren Eimer gut dann nehmen wir den mal mit und ich brauch jetzt immer noch einen Stein hier oder machst du schon zu ja gut ok ähm was hab ich denn jetzt hier noch einstecken ja eigentlich nur noch ganz gute Sachen ne Eisenspitzerkaste dir gemacht hab ich gehört ich hab drei noch ich hab drei noch vier Eisen noch mhm dann nimm du sie mal aber auf jeden Fall mitnehmen weil wenn sie die in der Kiste finden dann ist blöd also mit einem Diamanten könnten wir uns ne Dings machen dann können wir einfach mal so währenddessen ja jukebox ne ne anhörer anhörer auf Englisch jukebox genau ähm jetzt müsste ich jetzt müsste ich noch ne Lava Quelle finden wenn du du hast den Eimer dabei hier ist ne Lava Quelle aber ich weiß nicht ob die Reihe ich überschaue mal aber ich weiß nicht ob die Reihe reicht aber schau mal ja ab musst du jetzt gleich löschen ja gut geht jetzt hau ab gut ja gut warte du kriegst hier die drei Steine noch ich will keine Inventarplätze verschwenden ja hab ich und ich hab keine Fackeln mehr ich hab Fackeln ich geb dir mal die Hälfte ich höre wie viel hast du entweder hab ich jetzt grad einen Guest oder ne Enderman 10 ok warte mal dann hole ich uns jetzt nochmal ich geh nochmal kurz weil wir haben nicht mehr so viel Holz aber es sollte reichen äh wir haben jetzt vor allem nicht mehr so viel Kohle ich hatte glaube ich noch 5 oder 6 Kohle in der Kiste das ist nicht so viel müssen wir halt abbauen hier gehts runter und da ist noch Eisen das ich mal mitnehme jo müsstest du nicht eigentlich weg oder gehst du jetzt doch nicht äh das wäre auch schon längst gewesen äh das wäre auch schon längst gewesen hast du dich geweigert du bist ein guter Mann Richtig 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 so auf 34 Fackeln hab ich jetzt also 24 hab ich nochmal schnell gemacht gib mir mal 12 oder so ja Pass boah pass ja kurz halt 17 18 24 ähm dann gib mir bitte nochmal 2 zurück 3 3 zurück nur 3 genau 3 ja ja bei der 21 so lang ich hab mir vorgenommen da lang das war ein Enderman da war eben irgendein komisches Geräusch äh Zombie vielleicht ist hier noch ein Spawner ey das wäre ja hammergeil wenn wir noch einen dritten Spawner finden ich wäre aber noch ein Zombie äh nein gleich war nicht ja ja von da hinten kommen sie hinter der hinter der Sphäre wir sind wir sind machen wir nicht haben wir nicht nötig ähm nimmst du eigentlich mit der aktuell was kannst du mal kannst du dich mal hier rechts hochgraben genau äh was nehm ich nimmst du eigentlich mit der 3.5.4 das nur ein äh also du weißt dass Fraps jetzt nur einen Schnipsel macht dann nimmst du damit auf hast du das ja ja ich auch ach das bist du Mann ey ich denke immer du bist ein Enderman Buh ja ich weiß wird mir manchmal auch gesagt in der Schule und so hey du siehst voll aus wie ein Enderman 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 voll krass ja äh wollen wir mal vielleicht oben an die ans Tageslicht wieder äh meine Augen meine Augen sind schon voll kaputt von diesem von diesem künstlichen Licht ja wo bist du bist du wieder zurück zur Basis gehen wir wieder zurück zur Basis und dann bauen wir uns da hoch oder mhm ok hier geht's nicht zur Basis also keine können wir auch hier lang aber hier geht's halt nicht zur Basis ja ja die Basis war da hinten runter oder so ja da gucken wir mal ob sie stimmt hast du das da gesetzt ja sie war hier nee den Lava hast du mich gesetzt hab ich dachte da wäre jetzt noch ein Spawner warte mal was ist da das sieht so aus als wenn es da weiter gehen könnte hey man kann hier in unsere Base dumm rumschleichen und davon hier mit dem Pfeil angreifen dürfen wir nicht machen ja ich würde sagen wir gehen mal wieder oben ans Tageslicht aber nicht mehr den gleichen Weg zurück das wäre voll auffällig sondern stattdessen lieber irgendwo einfach gerade hoch doch deswegen würde ich sagen alles wichtige nehmen wir jetzt doch wieder in unserem Inventar mit ja was dann nehmen wir alles wichtige mit äh ist da ein Diamant was oooohh ne was ist da jo da hinten ist ein Diamant hinter der Sphäre ich sehe ihn da wo die Creeper sind oder woanders ähm ja da hinten bei den Creepern siehst du das nicht hier so da wo der Zombie gerade vorsteht ja jetzt sehe ich es du müsstest das aus meiner Position sehen ja da hinten ne komm das will ich jetzt nein das will ich oder warte warte kann ich vielleicht mich irgendwie so einer weniger du kommst da nicht vorbei die Sphäre ist da zu Ende okay komm da nicht drum rum durch ne Lücke es gibt schade eine Sphäre hat keine Lücke das wie jetzt wenn du sagst äh hat die die Erde die mehr oder weniger überall die gleiche Anziehungskraft hat oder die irgendwo ein Loch hat was lass man hier die Pilze nehmen wir mit auf jeden Fall nimm mal die Pilze mit den Ofen und die Workbench nehmen wir mit für unterwegs kann man ja nicht kann man ja gebrauchen äh Feder für Pfeile aber wir haben ich hab einen haben wir noch Flint oh warte mal dann macht dem dann geben wir mal einen Flint ein Flint bitte ne bitte gerne vielen Dank dann gebe ich dir jetzt hier nochmal vier Pfeile ähm ich würde sagen Stein zum Hochbau und immer gut ein Stack muss reichen die CD ja die ist schön aber kann ich leider nicht mit anfangen aber warum finden wir eigentlich eine CD was ist das gehen wir hoch naja gehen wir hoch graben wir einfach hoch äh ich würde sagen hier genau hier so schon ich weiß jetzt nicht ob meine Spitz hat wer läuft warte dann mach ich hier nochmal zu nicht dass wir von hinten überrascht werden äh willst du dich gerade nach oben hin bauen oder wie so eine Treppe wieder ja gerade nach oben einfach so nach oben und dann halt unter die wieder zubauen ja hast du noch Steine ne ja doch muss müsste ja aber lass uns das mal nicht machen das ist so ein bisschen blöd mit Fackeln setzen und dann sieht man nie was als immer so dunkel ist Alter ich mach hinter uns aber hin und wieder mal zu zack zack jetzt kommen wir außerhalb des Sphären dann kommen wir äh kann ja gar nicht sein weil wir drin sind und solange du kein Glas kaputt machst kannst du nicht außen ankommen ja Krabbel genau Timo meinte ich hätte meine Tage verstehe ich zwar nicht warum aber ist witzig alter machst du immer die Fackel weg und so dran alter er schieb mich halt durch die Gegend ja Erde sind wir schon lol äh ja wir sind jetzt in einer anderen Höhle angekommen ne Enderman lass mal lass mal irgendwo hoch gehen lass mal irgendwo wo es ja so hoch wie es geht jetzt schon mal laufen und dann hier nicht da hier nicht hier nicht hier nicht auch oh du klatscht ja hier du lebst aber noch ne ja 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 hier so genau ja so hier so mäßig spesig ich hoffe dass genug Spitz hat weil meine ist nur ne Stein super ach hier ist Tageslicht naja hier so halt so Tageslicht und so was tust du gerade nach oben bauen um zu gucken ob da vielleicht schon irgendwas ist ähm dann baue ich mich jetzt doch mal hier lang ich geh stark davon aus dass das jetzt hier gleich hey ja gut egal mach ja mach einfach ist ok Erde Erde Achtung Kohle ne Stein ja mach ruhig solange du mich nicht wegschlägst ist mir das egal was ist das Kohl über mir alter mhm ähm und lasst bitte immer so frei dass ich da noch in dich reinspringen kann falls über mir jetzt doch mal da war oder so das ist gut das heißt es ist Tag oh ich muss noch essen ich aber auch jetzt ich höre sie jetzt auch ach ich esse Steak super ok ich sehe niemanden ach da ach guck mal da lass uns das mal hier so quasi oh unauffällig markieren mit diesen fetten Steinen ganz unauffällig ne wir können da jetzt extra Aufmerksamkeit drauf lenken jetzt wollen wir nicht mehr da wer sollen sie doch wenn sie uns hier suchen was bringt ihnen das wobei ja nur noch einer lebt was wollen wir machen die Suche eh ned ja mach's noch auffälliger ja ich die sollen da hin da gehen wir doch eh nie wieder zurück wenn die sich da runtergraben was ich glaube ich eher erahne dass sie das ich glaube die baue sich hier irgendwo am Rand der Sphäre oder ganz oben an der Sphärenhaus kannst du mal auf in den Plural zu verwenden bist du das ja da rum ich hab gesagt es lebt doch nur noch einer hier öffnen wir den Chat da lebt kein das mit dem X davor mit dem Stern nein der ist nicht gestorben oder so nein natürlich da steht Sternchen Max Ampenbrick 98 try to fill my lava ja das Sternchen darf aber da nicht sein ja steht aber da keine Ahnung woher sollen das sonst kommen oder hab ich ihn nicht mehr deop'd warte muss ich jetzt mal ganz kurz gucken ich finde nix ich hab auch kein Optifine das find ich jetzt doof spring mal so ein bisschen bisschen verrückt auf den Lianen man wenn ich jetzt Optifine werde wir können nicht durch den Dschungel sehen ich wette er schreibt nein ich glaube er ist nicht tot das war nur ne Anspielung ja super ganz viele Schweine wollen wir die töten ja ist doch gut na komm hä was slash me Casey was äh nein ich weiß auch nicht muss man das verstehen achso me und dann schreibt ja doch das geht geht es egal ist mir auch egal ah das ist doch voll also bist du da gerade hoch Alter ja das bist du ja ist okay aber man sieht dich unter deiner Eisenrüstung halt nicht so nein also ich suche die hier nicht so gut au super dass ich das versuche Alter 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 ja wir brauchen keine Hühner Hühner geben viel zu wenig Essen dahinten sind genug Schweine Lass mal hier lang lass mal hier lang ich ahne zu mal ein bisschen mit Optifine rum ich hab irgendwie die Ahnung dass die so wie beim letzten Battle irgendwie wieder so ein Haus an die Oberfläche gebaut haben oder halt die sind schlauer geworden äh ich muss mal kurz gucken wie hoch meine Render das ist eventuell muss ich sie ne sie ist schon auf Fahr ähm weiter mach ich sie nicht mehr äh also Schussmunition ist sehr gut ich hab neun Pfeile warte mal Schussmunition nicht so ach ach ja genau ich will sagen ähm nicht äh Flint Flint oben Holzstück und dann ähm unten Fäder ohja aber Flint brauchen wir trotzdem noch übrigens würde ich nicht mal ein Diamantschwert an deiner Stelle verwenden also keine Ahnung je nachdem wie lange das noch dauert also keine Ahnung je nachdem wie lange das noch dauert und ich nicht weiß wie schnell wir wieder neue Diamanten kriegen würde ich vielleicht erstmal das Eisenschwert gegen ganz normale Zombies und Tiere und so weiter verwenden ich bin hier unten Schweine und Hühner töten da oben echt drauf reingefallen mhm immer schön einfach nicht antworten Vorsicht hast du ich habe hast du Flint noch? naja Scheiße ne hatten wir auch nichts mehr in der Kiste muss gucken wo du da rumläufst schon wieder also ich hätte jetzt neun Federn für dich ich achte da hinten hinter dir ich was vielleicht nehmen wir eben oh weißt du wie gib mal es wird schon Nacht ich weiß nicht ob wir das nachts so rumlaufen rumlaufen gut für uns ist ach hier ist es vorne mit dem Eisen was die nicht abbauen konnten mit dem Eisen was die nicht ja außerdem ist hier die Mitte der Lass mal im Dschungel suchen die sind garantiert im Dschungel wir sind im Dschungel hingelaufen lass mal suchen das habe ich gar nicht gesehen aber es kann sein ja dann lass uns das mal wobei warte mal haben die sich hier nicht runter gegraben das ist doch von Menschenhand gemacht und meinten dann hey wir können hier das Eisen nicht abbauen wir dürfen es auch nicht wir dürfen es jetzt wirklich nicht abbauen ja toll wo man ständig mitten dahin wo die Gegner vielleicht eventuell sein könnten toll wo sie kommen sie kommen sie sehen uns jetzt kommen sie kommen sie sehen uns Junge wir sterben wir sterben ja ich werde angegriffen ich werde angegriffen toll wo ja super jetzt renne ich hier gerade mal um mein Leben toll wo toll wo ich werde angegriffen hilfe alter ja jetzt ist toll wo auf kalt mich gleich tot drei herzen zwei herzen toll wo das ist jetzt ganz und passend das ist ganz und was ist da hinten warum ist hinten cobblestone sag was sag schnell wieder was Junge bin ja schon wieder da ist ja ok bin ja schon wieder da ist ja ok weil das ist jetzt grad unpassend hier auf kalt zu gehen ja warte mal hier wir müssen gravel farm ähm also Dings ich kann nix abbauen wegen spawn protection und OP und so oh dann aber gut Flint ist jetzt ich würde raten Eisen ja also Eisen werde ich nicht abbauen hier das durfte ich ja nicht das hat mir der Max ja verboten ähm aber gravel mit einer Steinspitzhacke kaputt zu machen hast du schon irgendwie nicht verboten also mach ich es jetzt einfach mal zwei ich hab auch keine Spitzhacke überhaupt nichts mehr hab ich ich geh mal ein bisschen weiter vorne ne du hast doch gerade gesagt ich hab keine Spitzhacke doch hab ich doch achso warum ist hier Holz warte jeder weißt du jemand hingebaut hat warte mal auf mich warte mal auf mich hier ist Holz und dieses Eisen hier nicht abbauen das können wir noch gebrauchen irgendwie haben sich hier reingebaut jetzt bist du gut wir haben sich hier wieder hoch gebaut wir haben sich hier wieder hoch gebaut schießen brauchst du da ab? ja 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 das bringt eigentlich dieses Rechtslinken beim Schwert ich check's nicht äh eigentlich blocken Vorsichtsskelett läuft da wo du gleich rauskommst jetzt vorbei ist runtergefallen ok warte was du kriegst ist jetzt hier vier Gravel wow 4 Flint und 37 Gravel und was ich dir auf jeden Fall schon mal warte hier Seeds und Leder was ich dir auf jeden Fall nochmal geben will warte das frisst aus was war das? lol achso ich dachte hinter dir aber weit weg ja hab ihn gesehen ah noch einer ähm lass uns mal unter Wasser schauen da könnte ich mir gut vorstellen dass sie unter Wasser sich mehr du meinst ne Villa die Basis gemacht haben alter naja in der Villa da ist einer hinter dir hinter dir ich dachte du wärst das gewesen und hinter mir wäre das geht doch Alter komm raus da ist der der ist da der ist da ich schieß ihn von den Weitern ab Binder 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 ah das ist ich versuche ihn grad anzuschneiden ich bin der der grad schießt das bist du gut ja alle haben ne Eisenrüstung das ist bisschen blöd ich geh auch noch ich geh auch noch mal Leute ich wurde getroffen na mann Kackspinn jetzt muss ich mein letztes Day fressen ich treffe ihn gut ich bin im Wasser ich bin im Wasser fuck ich bin im Wasser ich der Eisenschwert nur der hat Lava wo bist du? ich bin im Wasser gefangen ich muss hier grad raus ich bin grad im Wasser gefangen vorsicht 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 bleib bisschen defensiv Junge ja ja pass auf bleib defensiv sein ich hab keine Pfeile mehr super dann hol ein Diamantschwert raus hast du Lava gesetzt? der eine von denen hat nur ein Eisenschwert wollen wir uns zurückziehen? nein die haben die Lava gesetzt wo bist du? da bist du? ja meinetwegen die haben aber auch nichts für die äh die stehen da warte mal was haben die? also der eine hat einen Lava einmal in der Hand und der andere die auch schwer also ich würde eigentlich sagen gegen gegen Lava will ich jetzt nicht kämpfen lass uns mal weg gehen aber wir müssen eigentlich dafür sorgen dass wir ihren Lava einmal nicht zurückkriegen Junge die haben nur Eisenschwert ok der eine hat ein Dier-Schwert wie immer nein der eine hat ein Dier-Schwert Mann hätte ich doch nur Pfeile wenn du hier noch ganz schnell über eine äh Dingens dahin stellen würdest könnte ich nur noch Pfeile machen lass mal abhauen warte beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich halt hier hinter dir Krokenkelbe mach ich doch die haben nichts auf die rennen jetzt auch weg hab wieder Pfeile die holen sich Wasser warte mal die springen unten ins Wasser treff ich ihn? treff ich ihn? wenn die nicht so rumhampeln würden also der links hat das Eisenschwert der rechts ist Diamantschwert also der links hat das Eisenschwert der rechts ist Diamantschwert ich bin fast schluchert aber vorsichtig holt jetzt wieder seinen schwulen Lava einmal raus jetzt rennt er weg er rennt weg, komm hinterher wir müssen ihn nicht unbedingt angreifen wir müssen ihn nicht unbedingt angreifen weil ich will schon wissen wo die ihr Haus gesetzt haben sind die da unten drin? oder laufen die dran? ne die stehen hier lol stehen hier und jetzt kommen sie zu mir hinter dir wo bist du? lauf nicht so 10 cm an dich ran ich hätte dich fast geschlagen Achtung Zombie wie ist ein Eisenschwert draußen? ja der ist doch egal verschwende nicht deine Pfeile gegen den wo sind denn die? so und jetzt ich seh die hier hinten noch da hinten sind die die werden von einem Skelett angegriffen der eine kurz aber ob das reicht also ja ich weiß nicht sollen wir angreifen oder sollen wir nicht angreifen? die sind im Dschungel an diesem Baum Federn und Seide äh brauchst du noch Federn? die sind da an dem Baum ich seh sie einfach mal beobachten oder? warte trotzdem zwei Federn dann haben die da oben irgendwas reingebaut ja ja würde ich auch sagen die gehen hoch jetzt zünd ich den Baum an ich versuche mal da runter zu schießen jetzt zünd ich den Baum an tu das ich werde ins Kaipan gestreben ich werde von einem von den beiden die haben sich da rein aufgebaut zünd den Baum an hast du hier sollen sie doch Wassereimer, Wassereimer, komm 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 nein nicht mich selber Wassereimer, Wassereimer, Wassereimer mach Junge mach weg du hast mir grad das Leben gerettet weißt du das? ja du hast mir grad das Leben gerettet weißt du das? du hast mir grad das Leben gerettet weißt du das? das segne dich geh nicht so weit Achtung ist schon ok ja ist schon ok ist schon ok vorsicht der andere ist oben auf dem Baum der andere der andere jumpt da so fröhlich um sich her übertreib nicht ich habe auch noch ein Feuerzeug he 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 manch ich habe auch noch ein zweites Achtung rechts ja kann man durchdrucken ach so der ist das? lol ja ich bin hinter dir wo bist du? ach du bist hinter mir ich dachte grad du wärst der alter ich verwechsel euch die ganze Zeit weil ihr euch so ähnlich seht mit dieser komischen Eisenrüstung ja jetzt treffe ich ihn jetzt treffe ich ihn du kommst da nicht hoch du kommst da nicht hoch du kommst da nicht hoch ich treffe ihn nicht hau ihn vom Berg hau ihn hier der jumpt da die ganze Zeit rum Wasser jetzt habe ich ihn Wasser Wasser wo bist du? Wasser ja ist egal so was sie machen müssen ist deren Baum anzünden warte ich treffe ihn ohne selber dabei drauf zu gehen nicht ich treffe sie ich treffe ihn jetzt habe ich keine Pfeile mehr schade gut hoffen wir mal dass sich das wortwörtlich wie ein Lauffeuer verbreitet ich glaube nicht wir können es aber mal abwarten ich hoffe doch ich werde nochmal ein bisschen nach zünden vorsichtig so immer schön hier hier dann breitet sich es aus guck mal wie das ausbreitet siehst du das bist du gut soweit kommen die nicht was geil wäre wenn man den oben ja ja man müsste die blätter wegschlagen von den füßen sozusagen zack zack